Wertvermehrende Investitionen. Was ist das eigentlich? Eine wertvermehrende Investition ist typisch etwas, das ich beim Haus anbaue oder etwas, das ich ganz speziell mache, um den Wert des Haus selbst zu steigern zu können. Ein typisches Beispiel dafür ist ein Wintergarten. Ein Wintergarten ist etwas, das ich einfach einen Mehrwert für meine Liegenschaft, für mein Haus generiere. Selbstverständlich gibt es hier ganz viele Listen der Steuerbehörden, was dann wirklich als wertvermehrend angeschaut wird und was als werterhaltend. Was aber wertverhaltende Investitionen ist, kommen wir im nächsten Video dazu.